Der hat 1,5 Stunden Shadow Warriors 2 gespielt Ach du Scheiße, warum stehen die hier direkt neben uns? Oh, ups Schrotten, Baustelle? Was, schon wieder Baustelle? Ja, steht ein Auto Ja, ich konnte, weil du mich scheiße ausmachst Danke, dass man mich hört Ja, 20 Stunden zu spät eigentlich Ist hier einer? Die hat 3 Leute gelandet Oh, nice Ich bin links am Z jetzt gelandet erstmal, weil ich nicht mehr... Oh, ich hab... Und selbst Bauchschmerzen, Alter, ich muss dringend scheiß noch mal geschossen Alter, ich hab mit der M9 gerade 3 Headshots gebraucht, bis er umgefallen ist Krasse Ich bin zu dir Du hast noch einen geholt Da haben wir mich ja... Digga, wer will mich halt die ganze Zeit schlagen? So, gut Ne, jetzt hab ich keine Money mehr, doch, 12 Schüsse hab ich noch Noch wer drin? Ich weiß nicht, ich hab 3 gekillt, da müsste ja nur einer leben Naja, das ist irgendwie keiner mehr Da liegt ne Pumpe, Alter Da liegt ne Pumpe, Alter Gönn dir Gönnio Talkelle muss doch bestimmtendrauf sein letzte Mal ohl, ja, was Talkelle ist denn nicht Anja, was Talkelei ist denn eigentlich Jaa Irgendwo von der Mitte Ich sehe ihn nicht bei dem Kran da, irgendwo glaub ich gut war nur einer mit der hat er mit akk geschossen ja ja dann war es doch gut dachte ich muss dich wieder sterben sehen weil du an lag die verwechselt und was alles gut das gute ist am container hier liegen wir bei medikits ich kann mal gucken wegen dem auto besser mit einer losgefahren weiter ob die kiste kaputt geht hast du helm ja ich habe auch nur kabel setzt ganz oben hast du meli ja wird das auto noch da ja kommen wir jetzt die schlüssel chucks wären noch geil aber ja ich weiß mal gerade aus ob da irgendwo das kopf geheißen ist vorhin ich weiß mal gerade aus ob da irgendwo das kopf geheißen ist vorhin ich habe kein bock auf akk trefft damit mal so gar nichts irgendwie heute ich gucke immer erst in die dinge rein ich habe noch mal munition hier drin hier hier ein molly hast du eine molly oder ein ding granaten ich habe mit granaten ich habe noch munition durch ja einmal hier hier ist eigentlich hier oben irgendwo ein camp seinen wunden kopf kann oder ich vertu mich wieder oder es war ein anderer berg ja hier war schon jemand die müssen ja dann nach westen großen westen nachs westen warte mal ja die sind an der tanke unten die haben auch das kopf gar was ich meine da steht einer mitten auf der straße zwei okay hier raus rechts an der mauer nade liegt der ist tot nade 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 Ich wusste, dass du mich rettest, Digga. Achso, dein Mikrofon ist die ganze Zeit gemutet. Ich habe es mal vergessen, Alter. Good job. Wir haben die so von der Seite zerfickt. Ist ja gut, Mann. Hat der noch Helme? Oh, vielleicht nur ein, zwei Helme. Nee, warte, ich gebe dir. Ja, Bill, habt ihr einen gedroppt? Oh, schnell die Laufung umswitchen, Alter. Oh, scheiße, ich habe kaum eine Airmonie. Wie hast du? Oh, fuck. Danke, ja, ich fahre erst mal, ich fahre erst mal. Ich fahre erst mal. Hier? Ja. Ich kann auch keine Lemmy machen, doch gar nicht, oder kurz? So. Ich habe 60 Schuss. Kannst du was droppen? Okay, passt. Sie sind weggefahren, oder? Ich gucke mal kurz noch ins Camp. Ja. Ich fahre noch nichts. Ja, auch nichts. Oder ist das noch Ding? Ja, das habe ich. Ich mache mal schnell dieses Blutgrins. An so ein Ding. Hat zweimal Blutgrins gegeben. Hatten die Typen keine Airmonie? Ich habe, die hatte nicht viel. Also ich habe nur, ich habe 30 oder so mitgenommen. Oder 20. Warte mal, ich habe doch gar nicht richtig gegelootet, ey. Nee, der hat auch nichts. Stimmt, ich hatte sieben Mal Airmonie gar nicht mehr mitgenommen. Links steht ein Auto, Micha. Da sind sie auf zwei. Ich fahre da an den Bergding, oder? Wird es auch näher, wenn man an den Bergding schauen kann. Hinter uns noch irgendwo. Hinter uns. Ja, die fahren doch schon wieder. Ich dachte, es ist das Koppgar hier. Nein, der war doch am Hügel, man. An dem Elektroding waren die doch. Gehst du am Stein raus? Ja. Oh, der hat so Lämmi-Hit. Inzwischen das Auto. Oder? Nee, das nicht. Können wir machen. Ich nehme nicht mehr Schuss, oder? Ich muss kurz mal bluten. Rechts Auto am Stein. Lass hier am Hügel, am Berg hier, aussteigen. Okay. Ey, ich muss nachladen, WTF. Ja, die hauen ab. Alle Munition sparen lieber. Um nur auf 36 Schuss, insgesamt. Oh, die schießen nach uns. Verweck, Falk. Wir brauchen Muni, Alter. Oh Gott. Ah jo, komm schon, Digga. Ich fahre recht weiter, Alter. Bis nach Norden, Nordwesten. Ich fahre einfach komplett durch und lass mal looten nach irgendwo. Wir sind irgendwo in den Nahkampfen, also wahrscheinlich. Ich fahre nicht. In dem Fernkampf haben wir zu wenig Munition. Aber hier war schon einer. Hier waren wir, oder? Ja. Ja. Wir waren aber in der Sales und hier war schon mal einer. Kommt hier überhaupt auf den Weg was zum Looten? Können die Stadt looten? Ja. Aber das ist nicht gerade die Safe-Version. Nein. Doch, doch, hier warst du schon. Ach ja, ja. Hier war schon einer. Hier war schon einer. Hier. Hier war noch nicht. Chucks, wow. Nee, hier war schon einer hier. Türen sind offen. Boah, fuck, Mann. Aber da liegt noch mal nicht wenigstens. Ja, toll. Komm. Und das droht die Bremse. Wo war schon einer. Alter. Die haben doch nicht etwa die ganze Stadt gelootet, Digga. Sind die voll behindert? Wo war schon einer? 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 Ah, nein, da war schon einer. Helm, Shotgun, Raptail. Toll. Boah. Lass mal laufen, Alter. Nicht so. Aber auch noch keiner. Ich raste gleich. Aber wenigstens kann ich mir noch eine Lemmy machen. Ich habe keine Schuhe. Oder ich habe mich hier nicht die ganze Zeit die Schuhe. Kann ich mir merken. Moly. Moly. AKAR, geht doch. Moly. Nur hier hoch. Jetzt habe ich hier noch Glück. Digga, aber es hat auch schon einer. Ich glaube es nicht. Was die Ball war, war schon einer. Granate. Molotov. Ah, AR, endlich. Ja, toll. Einmal AR habe ich gefunden. Schränkt mir jetzt auch nicht viel. Mal hin. Schwer dich nicht. Noch mehr AR. Ja, warte. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Munition. Ich habe ein 90 und ich habe ein neues Auto. Ich kann mir. Oder soll ich mal auf dem Dach rumgammeln? Nein, Mann. Hast du einen Schlüssel? Ja. Ich habe nur keine Chuxer mehr gedaufe. Ich schraube kurz die Schlüssel und gucke mal nach Chuxer. Ich glaube, ich habe genug Munis, ich habe acht Munis. Ja. Ich habe nur keine Chuxer mehr gedauert. Ich habe nur keine Chuxer mehr gedauert. Ich habe nur eine Chuxer mehr gedauert. Oh, Ermonie mich da oben Ach, ich komme Ach, die haben oben nicht gelootet, ja, sehr geil, hier ist auch Ermonie Sogar keinen Platz mehr Hier ist nochmal, ja Mal wegwerfen, ja Mal noch einen Helm kaputt Oh, da fährt ein Auto, Micha Hier sind Chugs, ich habe welche Das Auto brennt sogar, krass Komm her, ich habe Chugs Was machst du da für eine Aktion, Digga Komm rein Auto am Arsch gebaut Wo waren die? Da war links, irgendwo dann Also links habe ich das Auto Egal, lass runtergehen, dass Gas kommt, oder? Ja, ich würde runtergehen, Mann Ich würde vom Dach springen müssen, so wie der eine im Solo bei mir Springt, sagt Alu Aqua, springt vom Dach, weil das Gas bei ihm oben am Dach war Jawohl Müssen wir langen Ist eigentlich scheiße geil, hier ist überall safe zone Das sieht aus, schon links wird geschossen, im Wald Da siehst du ihn? Ja Aussteigen Ich werfe eine Nade hin Ja Ich werfe eine Molly hin Das steht immer noch am Ding Oben auch noch auf dem Berg, Digga, pass auf Lass Auto Ja Ja, oben auf dem Berg Oh Gott Lauf, 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 lauf Ach, die wollte schon wieder alle, was von unseren Eiern, Digga, ist so lächerlich Aussteigen Ja Wo ist er? Da fährt keiner mit Hinter uns noch Wirdste ausgeschrieben Hat er jetzt übelst Er brennt Von vom Berg oben Ja Hast du ihn? Ne Der lebt immer noch Doch, jetzt habe ich ihn Oben auf dem Berg, an dem anderen Korb, garne Pass auf, vom roten Wald können ja Oder vom roten Wald, Alter Wald können unterwegs Sind die immer noch oben? Hinter uns Oh, Digga, als Auto, komm Auto, 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 Auto Go, go, go Fahre mal geradezu in den Wald rein, da können wir uns hier Ja, ja, ja Alter, der hittet mich Okay Ich hab schon Mad Kid an Alter, das Gas kommt, glaube ich, ja Alter, wann höre ich denn mal auf zu bluten? Der Dreh um schon, ne? Hab ich Digga, das Gas kommt Das Gas kommt Das Gas kommt Spann nicht mal Warte, nachladen Das ist mal Der Merkstift ist wieder weg Ja Ich muss ja auch ne neue machen Bleib mal gleich nochmal stehen Wird Mach mal Oder hab Ist da hochfahren Einfach Irgendwann Und schau sie so, kommt schon was raus Alles gut, alles gut Du sagst, wenn ich aussteigen soll, ne? Davon auf der Straße siehst du zwei? Ja, willst du, oder was? Und Go Hab ne Bombe Hab keine Nails mehr Hab den dreimal gehittet, Alter Hat nochmal Hits von mir Oh, die brennen, Digga, oder? Einer hab ich Entspann dich, entspann dich Hat kein Helm mehr Hab ihn Oh, hinter uns, hinter uns Hinter dir Komm, komm, von der Stadt Irgendwo Wir stehen hier so unsafe, Digga, lass fahren, bitte Äh, fahr, fahr Wir müssen da hoch Bist du auf dem Berg safe zone? Ja Auf dem Berg Oder irgendwo in dem Tal Noch Mollys? Einen Molli hab ich noch Jetzt sind wir in der safe zone Boah, Alter Lass mal hier raus Machen wir mal eben ne Lemmy Oh, stimmt Ich auch Eine konnte ich noch Ich hab nur noch zwei Helme Und sieben Bandagen Hast du noch Mad Kids? Hast du das Gelbe? Hast du Gelbe? Ne Hab gar nichts mehr Wie viele Mad Kids hattest du denn, Alter? So viele, Alter Die müssen doch von der Stadt hier hochlaufen, Digga Wenn der mich von da angeschossen hat Normaler schon Sicher, dass sie safe sind? Ja Steht ja da Links ist sogar der Job Ja, da unten falten die irgendwo Sollen sie doch Wir sind nur safe Die sind tot Ich wollt halt gerne einen absnacken Wenn die im Gas sind, ne? Ja Ich seh keinen Fällt eh gleich Sehr geil, ich hasse diese safe zone Die können überall sein Oh Autos hinter uns Die sind vom Berg Nice Komm weiter rein Safe zone ist das nicht Da oben, oben rechts Und oben links auf dem Berg Ah scheiße mann Ah scheiße mann Da ist den am Baum rechts Ist tot Nice Oben Links auf dem Ding Sind noch Das sind die letzte zwei Wenn es ein Team noch ist Na aber drei Teams mehr Das stimmt Da links Ganz links Ähm Nord, Nord, West Steht da am Stein Das gelaufen Zwischen den Bäumen Was gesehen? Einer oder was? Einer war auf dem Berg Gewinn für rechts Ja einer auf jeden Fall Da läuft ein Gideos Und jetzt Weitere da Znepper Ah jo Ja scheiße Was jetzt? Auf dem Berg? Weiß nicht ob das eine gute Idee ist Er sieht uns safe wenn wir hochlaufen Ja aber so werden wir gedebackt hier So Weiß schon Ja Ich frage mich ob es der vom Berg jetzt sieht Bestimmt Ich weiß Ja da steht Du schießt Auf mich Okay lass mal zu ihm pushen Sonst holt es der Sniper von hinten Auf zigzack Wir sind nicht auf dem Sechzone Ja ich seh's Digga läufst du echt den Berg hoch? Auf ihn Nice Komm runter Wir müssen irgendwie woanders lang Ja schießt schon Ich seh ihn grad nicht Hat auch nicht seh'n Hat zwei Hits Ich push weiter nach links Bleib du da stehen Das sind die letzten zwei Ja das ist der letzte Typ Achso ja der letzte Der muss gleich raus Du musst auch weg Gas Ich bin noch Ah befindest dich nicht Nein das ist noch Wir müssen noch Peek du mal längst Ich peke rechts Und lass schießen Siehst du den am Baum? Ja jetzt höre ich ihn Lauf zigzack Digga der trifft uns niemals Okay er hat mich getroffen Läuft ihn in dem Mono? Jo Hat Hits übelst Nice man Läuft Digga 14 kills Ah nice Jason Auf geht's Digga Achthilfe Diamant Jawohl Digga